Ich bin jetzt seit einem Jahr hier im Lea Lese Club Moderatorin und wir treffen uns alle Woche einmal, wir wechseln uns mit den Moderatoren ab. Einmal macht das die Brigitte, einmal mache ich das und ich bin selbst ein ganz großer Fan vom Lesen und habe deswegen sofort zugesagt, dass ich hier mit den ganzen lieben Menschen mich in der Woche alle 14 Tage einmal treffe. Marcel, machen wir die Runde so rum, dann ist Marcel jetzt dran. Pastor Pfaffenmeier macht seine Sachen sehr schön. Eulenspiegels Mutter war zwar im Bett geblieben, weil sie krank war. Hinterher ging alles, alle ins Wurzhaus. Erstens, weil Eulenspiegel Vater sie eingeladen hatte. Oh je. Können ihr mehr mehr geraubt glauben? Das ist so eine Markmünze. Könnte sie beschwerten, sich jedes Mal bei den Eltern. Doch warum er dann Junge erscholten, wusste er eigentlich nie. So war Till Eulenspiegel. Nicht nur einer der größten Clowns aller Zeiten, sondern bestimmt der eigenartigste Weil er eben nicht im Zirkus auftrat. Viele üben zu Hause und machen wirklich Fortschritte und sind total toll dabei. Auch aus dem dicken Buch lesen wir und das macht total Spaß, weil alle so total diszipliniert sind und immer wieder kommen bei Schnee und Wetter und Regen und Wind und Wolken. Und das macht einfach total Spaß. Und gucken. Diese Schwertdegen. Das ist wunderbar. Hast du so viel gelesen. Fast die ganze Seite. Okay, wir machen jetzt alles Schluss. Das war wieder ganz toll mit euch. Sie haben wieder ganz wunderbar gelesen. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.